Anstaltungen. Wir gratulieren den beiden Siegerinnen sowie den platzierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Platzierung zum Sieg. Und nun, verehrte Gäste, dürfen Sie gratulieren mit ihrem Applaus beim Einsetzen der Musik zur Ehrenrunde. Musik Musik Die Glückwünsche sind die Musik Willkommen zur Siegerung der Ausschreibungsnummer 0. 5 Punkt 1 hier in der Dresdor für die Prüfung der Klasse 11. Die Redaktion für das Bundeschampionat. Die Prüfung von den Zweiafteilungen statt Ziel auf Kompassmännernsvergebnissen. Die erste Erteilung wird unterschätzt aus dem Ressortstall Sandbring. Frau Dr. Kersink-Liebers bei uns, die wird mit uns gemeinsam die Sicherung durchführen. Und das Siegte mit einer Wehrnode von 8,7, 281 Rheinglanz mit Eva Möller, Rheinsportgruppe aus der Rückerland. Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Musik Aus der Jury werden die Glückwünsche gebracht von Frau Carola Straubeteli, von Herrn Michael Pöger, von Christoph Brüdecke, von Frau Dr. Kerstin Fieber aus dem Hause zu Surschals Sandbring. Musik Der erste Vorsitzende bringt Glückwünsche gleich zur zweiten Abteilung. In der ersten Abteilung, wenn die Glückwünsche wird überwacht von Nina Wolte. Und zwei in der ersten Abteilung, die acht, die 294 Royal Black Diamond mit Ellen Brun, Ralfain Allerweser 8,5. Rang 3 in der ersten Abteilung, die 167, Vormeine mit David Taylor, Ralfain Holzhausen und Umgebung 8,3. Rang 4,11 Ballou mit Christina Stricker, Turniergemeinschaft Bad Zwischenahm, 8,1. Ersicht in der zweiten Abteilung. Hier im Preis des Gespüts Brunhaus Westerstede, mit der werden unter 8,6, die 13 Wie My Love mit Jessica Linden Thomas, Ralfain Allerweser. Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Und hier beklaget die Jury, von Frau Farola, Storbeke, Herr Michael Büger, Herr Christoph Grusicke und der erste Vorsitzende, Hendrik Wolte-Oestmann. Zwei, mit der Wendung, 8,4, hier gab es die 33 Special Design mit Julia Wolte von der Oklau-Pferdesportgemeinschaft. Ebenfalls der Brand, 2,3,48, Titania und Leonie Richter, Ralfain Bad Essen.